Musik 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 29 Ich war gar nicht mehr so jung Aber Mir war einfach auch der Gedanke nach Familie Damals hat es uns nicht gegeben, dass wir so zusammenleben konnten Musik Musik Intelligente Bildertransult, stell es auf das Bein Schau auf den Fuß Hier, hallo! Da der Fuß Der Fuß ist das wichtigste Hilfsmittel des gescheiterten Künstlers Musik 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 Ich bin sogar zweimal verletzt worden In meiner Partisanzeit Ja Ähm Natürlich, ich habe viele haben weggefahren und viele Freunde von mir sind neben mir rechts, links gefallen Musik 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 Es ist 1% Es könnte wirklich passieren, denn es ist 21st. Jahrhundert Was ist passiert? Und ich wollte zum Park und es war Künstler Musik Künstler in den Park ist immer schlafen Musik 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 Weißt du, wie schön das war. Aber sie haben ja auch diesen alten Bahnhof, den haben sie ja nicht mehr. Das schaut ja oben jetzt anders aus. Also den Bahnhof, so wie er da ausschaut, so schaut er ja jetzt mit mir aus. Wir haben irgendeine Serie geschaut. Ich glaube, wir haben gerade The Walking Dead geschaut oder so. Sehr passendes Thema. Und dann habe ich auf Pause gedrückt. Es war ganz random. Und habe gesagt, Mama, ich muss dir jetzt was erzählen. Angefangen jetzt zu fladeln. Im Moment. Sie war so, okay, was ist los? Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.